Hi, ich bin Frank der Renner. Ich laufe aufgrund eurer Challenge natürlich jetzt noch ein bisschen mehr als sonst und 16 Teile sind rum. Ich bin in Richtung 600 Kilometer unterwegs. Bis dahin, tschüss. Wir verbinden Walking, Harzer Wandernadel, Salzlander Kulturstempel mit der Aktion in 80 Tagen um die Welt. Einmal haben wir es schon geschafft und wir sind froh, dass wir mit dabei sind und Anerkennung erhalten von den Bernburgern, von Gänsevorder, dass sie uns Walking-Mädels mit aufgenommen haben, mit Respekt und mit Anfeuerung. Bis bald, tschüss. Ich finde die Aktion toll, weil das halt auch ein Gemeinschaftserlebnis ist und sich jeder mit einbringen kann. Jeder kann laufen, jeder kann walken und das macht einfach Spaß, dass man sieht, dass der ganze Salzlandkreis und darüber hinaus daran teilnimmt. Aber jetzt heißt es erstmal Schneeschippen statt Laufen. Ich habe die Einladung zum Lauf um die Welt von einem sehr guten Freund bekommen und fand diese Idee mega geil. Ich habe viele Freunde in Bernburg unter anderem auf meinen Laufpapa kennengelernt. Ich nenne ihn ganz liebevoll so, weil er mich beim Lauf mal errettet hat, sozusagen. Ich finde die Aktion einfach toll und ich denke mal, wir schaffen es vielleicht fünfmal. Man weiß es nicht. Grüße aus Herzegrode. Tschüss. Ich weiß nicht, Tag zwei oder drei nach der ersten Weltumrundung. Also ich finde das total klasse, die Aktion, weil es Spaß macht, auch nochmal zu gucken. Irre, wie viele Leute sich auf den Einetal auf dieses Jahr vorbereiten, finde ich richtig klasse. Also weiter so und ich freue mich auf die nächsten, ich schätze mindestens noch drei Runden um die Erde. Bis denn. Grüße euch. Hallo, ich bin Franz Schapinski. Erstmal Gratulation zur ersten Weltumrundung. Sensationelles Ergebnis. Ich habe auch gerade noch eine Stunde hinzugefügt und auf zum nächsten Mal. Ich bin Franz Schapinski.